Hallo, ich hab mal ne Frage, wer macht denn die Spielplätze? Wir machen Kinderveranstaltungen. Der Papa hat was in der Zeitung gelesen. Ja. Und da gibt's ja Spielplätze, die haben Kameras. Nee, also bei uns hier in der Naturstation haben wir keine Kameras. Ach so, na ich dachte es wär praktisch, wenn so ne Kamera hängt, weil ich war ja auf dem Spielplatz mit der Ureli. Ja. Und da hab ich die geknutscht. Ach, das ist ja nicht so schlimm. Ich weiß, dass das nicht schlimm ist, aber der Daniel glaubt das jetzt nicht. Da kann ich dir leider keine Aufnahme zeigen, weil wir unseren Spielplatz nicht mit der Kamera überwachen. Der Daniel denkt immer nur, dass er die Mädchen abkriegt. Aber die Ureli hat mit mir geknutscht. Na, das ist doch schön. Und es hat kein anderes Kind gesehen. Nee, das haben wir ja heimlich gemacht. Ach so, dann machst du das nächste Mal, wenn er zuguckt. Dann sagst du sie jetzt und dann gibt's den Christian deiner Freundin und der muss das ja glauben. Da hab ich auch wieder ein Problem. Ich krieg immer einen roten Kopf, wenn ich knutsch. Ach denn? Weil ich so schüchtern bin, weißt du? Ja. Also nicht, weil es knutschen jetzt anstrengend wär oder so. Das klappt schon ganz gut. Hast schon geübt, ne? Ja, miteinander und mit der Clara vorher. Ja. Na, dann hör mal weiter. Da hab ich ne Idee. Weißt du, wo ein Spielplatz ist? Wollen wir uns da mal bei einem verabreden? Weil dann ruf ich dich nochmal an. Dann nimmst du eine Kamera mit. Dann nimm ich ein Fotoabratt mit und mach ein Bild. Dann machen wir dann gleich mit der Clara, mit der Nana, mit der Franziska, mit der Aurelie, mit der Victoria und mit der Helge machen wir dann zusammen. Ja. Dann guckt der Daniel. Dann ist er neidisch, ne? Dann merkt er nämlich auch, dass ich schon Mann bin. Ja. Ja. Okay. Hast du schon mal geknutscht? Hin und wieder knutsche ich auch schon nochmal. Also wenn du da mal ein Bild brauchst. Dann machst du die Aufnahme. Ich würd mich revanchieren, ja. Wenn du sonst noch ein Knutschbild von dir hast. Ja. Schick mir das mal bitte zum Radio hier. Ach du meine Gedenken. Du bist nämlich gerade im Radio. Ja, okay.